Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu diesem Sonderpodcast aus dem Herzen der Wiener Innenstadt, aus der Falter-Redaktion. Mein Name ist Florian Klenk, ich bin nicht Raimund Löw, ich bin der Chefredakteur des Falter und darf ja zum ersten Mal ein Interview führen, weil Raimund Löw noch im Zug sitzt und wir sehr schnell auf die aktuellen Ereignisse reagieren können. Neben mir sitzt Johannes Fockenhuber, den viele jüngere Zuhörer vielleicht nicht mehr so genau kennen. Er war nicht nur Salzburger Lokalpolitiker, er war auch Chef der Grünen und er war einst ein erbitterter Gegner eines EU-Beitritts, danach aber ein glühender Europäer und einer der prominentesten EU-Abgeordneten, nicht nur in Österreich, sondern in Europa. Im Jahr 2009 schied er im Streit von den Grünen, er hat ihnen Sexismus vorgeworfen, weil die Grünen ihn als Silberrücken diskreditiert haben, weil sie eine Frau Ulrike Lunacek ihm vorgezogen haben und er hat in einem sehr, man könnte sagen, wütenden Interview den Grünen das vorausgesagt, was eingetreten ist, nämlich die politische Bedeutungslosigkeit, den Abstieg. Nun kehrt Johannes Fockenhuber zurück, aber nicht als Kandidat der Grünen, sondern als Kandidat der Liste Pilz, die jetzt jetzt heißt. Und er möchte zurück ins Europäische Parlament. Herr Fockenhuber, vor exakt zehn Jahren haben wir im Café Bräunerhof ihr Abschiedsinterview geführt, gemeinsam mit Nina Horacek, in dem sie die Grünen hart kritisiert haben und am Ende des Gesprächs haben sie gesagt, ich zitiere, es war ein autorisiertes Interview, abstreiten ist sinnlos, Viva la Libertad, das ist das Ende meines parteipolitischen Engagements und meines Engagements bei den Grünen, aber nicht das Ende meines Engagements für Europa. Ich habe keine politischen Ambitionen mehr, ich beschwöre es, löchern Sie mich nicht weiter, ziehen Sie von Tannen. Das war durchaus auch scherzhaft gemeint, Sie wollten irgendwie eine Ruhe haben, Sie wirkten damals sehr angefressen. Warum treten Sie jetzt wieder an, zehn Jahre später? Warum gönnen Sie sich nicht einfach einen politischen Ruhestand, schreiben ein Buch, gehen wandern, sondern auch noch ausgerechnet für die Liste Pilz? Also ich bin ja sehr präzise und habe Ihnen in meinen Abschiedsworten damals die einzige Ausnahme genannt, mein Engagement für Europa. Mit den anderen Dingen war gemeint die Parteipolitik, die Innenpolitik, die grüne Politik. Und ich gebe zu, dass ich die Freiheit davon sehr genossen habe, obwohl ich sagen muss, dass mich die politischen Ereignisse, von denen ich mich abwenden wollte, ziemlich machtvoll eingeholt haben. Und das nicht nur in Österreich, sondern darüber hinaus, dass, was ich erlebe als ein Erwachen der uralten Dämonen Europas, des Nationalismus, des autoritären Denkens, der offen zur Schau gestellten Inhumanität, der Überhebung der Politik gegenüber dem Recht. Und das ist etwas, wo ich mich nicht in eine innere Isolation, in ein stilles, schweigendes, privates zurückziehen will und auch nicht kann. Aber warum die Liste Pilz? Die ist jetzt in Österreich nicht gerade aufgefallen als erfolgreiches Politprojekt. Weil sie mir jetzt nicht zugehört, sage ich einmal, oder sie ist nicht an ihr Ohr gedrungen, und der österreichische Journalist noch mal einfach zu schnell ist. Ich werde nominiert von der Liste jetzt als Ihre Kandidatur. Dessen ungeachtet ist das eine Kandidatur im Rahmen der Initiative Ein Europa, einer unabhängigen Plattform, die ihre Kandidaten selbst bestimmen wird, die ihre eigenen Gremien haben wird, und die ihre Unabhängigkeit auch durch einen eigenen Entscheidungsprozess im Inneren vollziehen wird. Das heißt, es ist eine unabhängige Kandidatur. Sie ist auch eine Kandidatur, die weit über die Grenzen der Liste jetzt hinaus Menschen ansprechen will, einlädt. Ich habe auch die Grünen eingeladen. Ich hätte, wenn mir die Entscheidung nicht zuvor gekommen wäre, auch den Ottmar Karras eingeladen und auch andere. Was ist das für eine Plattform? Also ich sage einmal, vielleicht darf ich es vorher politisch begründen. Am Anfang jedes Aufstiegs der extremen Rechten steht das Versagen der Opposition. Das kann man in den 1920s so sehen und das kann man in jeder Phase, wo Rechtsextremismus, Faschismus aufgestanden ist und groß geworden ist, sehen. Und das sehe ich auch heute. Ich sehe eine schwache Opposition, die es einer Regierung des rechten Blocks, wie ich die türkisblaue Regierung nenne, ermöglicht, die Europawahlen zu missbrauchen, um eine Bestätigung ihrer Politik darin zu finden und sagen zu können, das Volk in der berühmten Manier der Rechten steht hinter uns. Wir tun das alles mit Segen des Volkes, auch wenn es unrechtmäßig, auch wenn es inhuman, auch wenn es nationalistisch, auch wenn es brutal und unmenschlich ist. Das will ich verhindern. Ich sehe, dass die Opposition zwei Dinge tut. Erstens, sie kommt nicht in die Gänge, sie ist nicht imstande dieser Regierung, eine entsprechende Gegenposition, Gegenwehr, auch von einem Gegenentwurf einer Politik ganz zu schweigen, auch was Europa betrifft. Die Kritik schließt die Liste Pilz mit ein? Ja, die sind gar nicht so weit gekommen. Aber jetzt einmal die Opposition, die soweit sie im Europäischen Parlament bisher vertreten war. Und da komme ich zum zweiten Punkt. Sie kommen schon wieder, will ich sagen, mit leeren Händen zurück. Sagen Sie mir, also wie oft soll ich noch mir von der Sozialdemokratie anhören, dass Sie für ein soziales Europa eintreten? Ich kenne keine einzige Initiative. Nicht ein Vorhaben. Von Wahl zu Wahl kommt man mit leeren Händen zurück, um wieder für das soziale Europa gewählt zu werden. Sagen Sie mir von den Grünen, eine große Initiative. Eine erfolgreiche Initiative in den letzten zehn Jahren. Damit wird das Misstrauen der Menschen vertieft und damit wird eine Opposition einfach schwach und macht es der anderen Seite, die ja will, was sie wollen. Die Nationalisten und Autoritären in Europa, die haben ja diese Europawahl zum Marsch auf Brüssel ausgerufen. Die werden dort einmarschieren, wollen dort einmarschieren. In Österreich wird sich die politische Rechte aus türkisblau rühmen, dass die Zustimmung ist, folgt es zu haben. Wir sind in einem Land, in dem über 50 Prozent der Menschen nicht wählen. Das ist auch wichtig, weil ich nicht konkurriere mit den Grünen. Die sind schon weg. Wir wissen, dass sowohl die Sozialdemokratie wie auch die Grünen, wahrscheinlich auch die Neos, mit Verlusten zu rechnen haben. Wohin gehen diese Menschen? Wieder in das Lage der Nichtwähler. Ich will mindestens diese erreichen, gewinnen für einen neuen Aufbruch. Kommen wir mal gesetzt ins Fall, Sie würden gewählt und in das Europäische Parlament einziehen. Welche Fraktion würden Sie sich dort anschließen? Würden Sie sich der Grünen-Fraktion anschließen, der linken Fraktion oder würden Sie fraktionslos bleiben? Also fraktionslos sicher nicht. Es gibt ja auch mehrere Möglichkeiten. Also ich möchte sehen, ob mir die europäischen Grünen, weil die österreichischen das möglicherweise wollen würden, die Mitgliedschaft in ihrem Club verwehren würden. Das wird nicht passieren. Compendit unterstützt, um ein Beispiel zu nennen, diese Plattformbildung heftigst, hat sie selber in Frankreich erfolgreich gemacht. Das ist eine Möglichkeit. Wir werden jetzt eine Einladung aussprechen, an viele. Die Initiative, von der Sie sprechen, wer ist diese Initiative? Sind es Sie und Peter Pilz und die Vertreter der Liste Jetzt oder ist das schon eine europäische Allianz? Bauen Sie da schon ein europäisches Netzwerk auf oder was kann man darunter verstehen? Das ist eine Initiative, die sich an alle Pro-Europäer im Lande richten und alle, die sich zur Verteidigung der Demokratie und der Grundrechte aufgerufen fühlen. Wir haben einen regen Zulauf schon in den allerersten Tagen der Vorbereitung. Wir gründen sie ja jetzt erst. Leute wie Compendit unterstützen das auch und es werden viele, viele andere Unterstützer kommen, die sich schon interessiert gezeigt oder angemeldet haben. Das wird man sehen, auch was diese Einladung bewirkt. Wir haben ja auch deshalb die Kandidatenliste offengelassen bis Ende März, damit wir eventuell auch Kandidaten daraus gewinnen können. Auch von den Grünen. Es gab ja eine Einladung, die auch schon viele Wochen her ist und viele, viele Stunden der Verhandlung. Und man wird sehen, wie sie darauf antworten. Klar ist für mich, sie werden drastisch verlieren. Jetzt haben viele den Eindruck, das ist ein Projekt, das den Grünen sozusagen auch im Europawahlkampf entscheidende Stimmen kosten könnte. Es ist sozusagen ein weiterer Versuch, möglicherweise von Peter Pilz, auch die Grünen in dieser Wahl sozusagen herauszufordern. Haben Sie nicht die Sorge, dass die Grünen dann komplett verschwinden? Ist es das wert? Na, ich meine, die Grünen sind aus eigenem Verschulden, dem ich mich zehn Jahre entgegengestellt habe, mit allem, was ich hatte, aus dem österreichischen Parlament verschwunden. Sie haben in diesen eineinhalb Jahren seither jede Öffentlichkeit gemieden, kann man schon bald sagen. Gegen meine Beschwörungen, auch da, so viele Kontakte habe ich ja noch, wenigstens einen Kern bundespolitischer Handlungsfähigkeit, um jeden Preis zu erhalten. Ja, Rudi Anschober war eigentlich relativ präsent. Ja, aber das sind ja Länderinitiativen gewesen, die für eine Bundespolitik heute stellvertretend genannt werden, die es nicht gab. Ich meine, es gibt eine rechtsrechte Regierung. Es gibt einen gewissen Notstand in der Rechtsstaatlichkeit inzwischen bereits. Es gibt eine unfassbare Inhumanität in den Flüchtlingsbereichen gegenüber den sozial Schwachen. Da eineinhalb Jahre den Mund zu halten, das ist die falsche Reorganisation. Aber tun das die Grünen? Man könnte jetzt einwenden, es gibt Rudi Anschober, es gibt Herrn Willi in Tirol, es gibt den Salzburg. Aber das sind doch alles Landesinitiativen, die auf bundespolitischer Ebene gar nicht wirksam werden. Der Georg Willi ist Innsbrucker Bürgermeister. Ich weiß nicht, wie gut Sie die Tiroler Verhältnisse kennen. Dort ist es quasi üblich, wenn man erfolgreich sein will, eine Art Abspaltung von der ÖVP darzustellen. Seit vielen Jahrzehnten ist das so. Und das ist auch nicht viel mehr als eine Abspaltung von der ÖVP. Was müsste da geschehen? Sie waren beim Abschiedsinterview ein ganz vehementer Kritiker auch von Alexander Van der Bellen. Sie haben ihm vorgeworfen, dass er keine jungen Talente gesucht hat, dass Leute nur mehr aus den Parteigremien aufgestiegen sind, dass nur mehr aus den Sekretariaten der NGOs die Leute gekommen sind, aber nicht die, die eigene Projekte hatten. Van der Bellen war der Letzte, der aber dann doch eine große Breite erreicht hat. Aber bevor ein solcher Zusammenbruch erfolgt, gibt es ja eine lange Krankheitsgeschichte, eine Vorgeschichte, die man vielleicht in der Öffentlichkeit so nicht wahrnimmt. Ich habe das ja nicht ohne Grund kritisiert, die Zerstörung der innerparteilichen Demokratie, dass man die Sozialdemokratie als Blaupause mit all ihrer parteiapparatschickhaften Art und den Ochsenturen und all dem kopiert hat, und zwar überkopiert hat, dass man praktisch die Botschaften nur mehr per Message Control an die Öffentlichkeit gehen ließ, dass man mehr Marketing als überhaupt Politik gemacht hat, dass man für nichts mehr gebrannt hat und für nichts mehr ein Feuer erkennbar war, außer die Betreuung einer Marktnische von eben diesen Prozenten, wo man dann während ein riesiges Wählerpotenzial frei wurde von den großen Parteien, ehemals staatstagenden Parteien. Aber liegt es nicht auch daran, dass die Linke, die Grünen, auch die SPÖ auf viele Fragen, auf die Migrationsfrage in Wirklichkeit keine Antworten gefunden hat? Sie haben keine Antworten gefunden, aber es gibt natürlich Antworten. Es gibt Antworten, die auf dem Boden der Menschenrechte stehen. Ich habe beispielsweise 2015 einen umfassenden Katalog über Facebook und über den Südwestfunk und über deutsche Zeitungen vorgelegt. Man hat es eigentlich, ja man hat sich verkrümmelt, würde man wohl sagen, weil man die Auseinandersetzungen mit der auch aufkochenden Wut oder den Emotionen in der Bevölkerung nicht entgegentreten wollte. Da fehlte es nicht an Konzepten, da fehlte es an Mut und Ehrlichkeit. Nämlich auch manches Unangenehme zu sagen. Man hatte den Eindruck, dass die Grünen eigentlich sehr einen Zurechtweisungsdiskurs geführt haben, dass die Leute sehr schnell... Ja, aber da ist entsprechend angekommen, ja. Weil natürlich gab es kulturelle und soziale Spannungen durch diese Flüchtlingsbewegung. Die gab es. Sie von a priori als rechts, als rechtsextrem, als inhuman zu bezeichnen, war nicht nur unglücklich, es war schlicht falsch. Statt dass man sagt, ja, wir wollen aber an den Menschenrechten festhalten. Das ist Europa, dem hat es sich verschworen. Aber während die rechte Regierung praktisch eine Flüchtlingspolitik betreibt, die nur von drei nur auf einen Sektor zielt, wie können wir die Grenzen sperren für die? Und wie können wir die Flüchtlinge mit den grausigsten Maßnahmen, die uns einfallen, jenseits des Rechtsstaates abwehren und abhalten? Aber zum Beispiel nie das naheliegende Konzept, wie geht man mit den Flüchtlingsursachen um? Und da ist Europa gefordert. Wie geht Europa mit der Integration dieser Flüchtlinge um? Da wäre man gefordert gewesen. Als viele Länder einerseits gestimmt haben dafür, dass die Flüchtlinge gerecht aufgeteilt werden, sich dann aber weigerten, gab es keinen Versuch, den Menschen klarzumachen, dass wir ohne Solidarität da nicht auskommen können. Aber vielleicht hat man die Solidarität Europas überschätzt. Es gab sie ja nicht. Manche Länder waren in einer Weise mit Flüchtlingen und Migranten, auch Migranten, konfrontiert, die sie nicht bewältigen konnten. Das Problem war ja natürlich auch, dass während das in Italien und in Spanien schon längst der Fall war, ich war einmal auf einer Fact-Finding-Mission auf den Kanarischen Inseln, weil dort 2500 Menschen pro Jahr ertrunken sind im Meer, worüber sich in Europa niemand, niemand gerührt hat. Eine Schande Europas, die wir ja nicht ertragen, die wir ja niemals aushalten. Was kommt da für eine Vergangenheitsbewältigung auf uns zu? Und versucht auch Bewusstsein dafür zu bieten, aber als die Emotionen dann in diese, dann hat man sich auf die Dublin-Regeln gestützt, genau so, statt zu sagen, hört mit den Dublin-Regeln auf, das belastet einige Staaten so stark, dass sie überhaupt weder die Flüchtlingsbewegung kontrollieren, noch lenken, noch integrieren können. Jetzt muss gehandelt werden, nichts, ja, nichts. Von den europäischen Grünen ja, aber nicht von den Grünen her. Und dann kamen die Propaganda-Walze und die Indoktrination der Rechten, die sagte jeder, der sich für einen Flüchtling einsetzt, ist sein Willkommensklatscher, ist sein Vaterlandsverräter. Und dann hat man sich erst recht verkrochen. Und dann kam Köln und das war so. Und dann kam Köln. Ja schon, aber da muss man ja auch sehen, das war einerseits ein Hinweis darauf, dass man Probleme und Spannungen einfach ignoriert hat, hätte man sich einmal einmal zupfen können. Und das andere war, dass man einzelne Ereignisse aufbläst zu einer pauschalen Verurteilung der Flüchtlinge. Das waren schon einmal zwei Punkte, gegen die man sich mit großer Mühe zugegeben, mit einigen Mut zugegeben, aber doch rational und in einer aufklärenden Politik, doch hätte einsetzen können. Was ist in Ihrer ursprünglichen politischen Heimat den Grünen da schiefgelaufen, dass diese Diskussionen nicht offen geführt werden können? Dass man kaum, also Peter Pilz hat das ja dann selbst erlebt, also das Thema des politischen Islams zum Thema machen wollte, sehr schnell sozusagen in die rechte Ecke verwiesen wurde. Was ist da schiefgelaufen? Ist das ein Wohlstandsmoralismus, wie ein Kollege vom Profil geschrieben hat? Nein, das ist eine Anpassung. Und das ist eine, die eben mit dieser sozialdemokratischen Parteistruktur etwas zu tun hatte, dass wir schon seit Van der Bellen einfach Parteivorsitzende hatten, die die Vorstellung hatten, durchzuregieren. Und aber in dieser Frage des Durchregierens von Spindoktoren und Medienfachleuten umgeben war, die ihm einfach gesagt haben, das zieht jetzt aber nicht, das bringt keine Punkte. Und diese Anpassung an einen Machtapparat, der den eigenen Erhalt als Machterhalt über das Engagement und über die Leidenschaft zu eigenen Überzeugungen zu stehen, einfach von Mal zu Mal übertrumpft. Dann hat man begonnen, die Abgeordneten im Klub mundtot zu machen. Stattdessen sprachen Spindoktoren und Pressesprecher. Oder ein, was ich Hofstadt genannt habe, ein eng ausgewählter, handverlesener Zirkel von Gefolgsleuten. Das macht eine Partei kaputt. Das macht eine Partei zynisch in ihrem Machtanspruch. Und das ist auch passiert. Man hat kein Risiko mehr genommen. Es ist einfach ein Anpassungsprozess, wo, und das passiert natürlich durch den Parlamentarismus, dort ist das Geld, dort ist das öffentliche Potenzial und dort konzentriert sich auch die Macht. Und die hebt den eigenen Machterhalt an oberster Stelle. Und jetzt nach dem Ausscheiden aus dem Parlament hat man sich wieder auf die Rekonstruktion von Parteistrukturen geworfen, anstatt das verlorene Vertrauen zurückzugewinnen durch eine besondere öffentliche Gegnerschaft zu dieser Regierung, die nicht alles stillschweigend hinnimmt, weil man die Strukturen noch nicht fertig hat. Aber das ist ja in der Liste Pilz nicht anders. Die Liste Pilz hat sich im letzten Jahr vor allem mit sich selbst beschäftigt und dem Wohlbefinden von Peter Pilz, der schmollend sich zurückgezogen hat. Entschuldigen Sie, wenn ich unterbreche, das finde ich zutiefst ungerecht, das gleichzustellen. Sie sind, das kann man sagen, einseitig, oder Sie können sagen, das ist nicht allgemein genug, aber Sie haben sich sehr wohl in beiden Untersuchungsausschüssen hervorgetan. Es gibt kaum einen Tag, wo ich nicht darüber lese. Die Folgerungen, die man daraus zieht, ob das jetzt der Verfassungsschutz ist oder andere, sieht man, sind Angriffe auf den Rechtsstaat, sind Angriffe auf die Rechte der Bürger, die schon eine Wucht haben. Aber müsste nicht in Zeiten wie diesen, jetzt schildern Sie es ja eindringlich, wie die Rechte hier sozusagen sich knapp an die Zweidrittelmehrheit robbt, müsste es nicht in Zeiten wie diesen eine Wiedervereinigung des grünen Lagers geben? Müssten sich nicht die ehemaligen Parteikollegen, die im Grünen-Klub gemeinsam jahrelang das Auslangen gefunden haben, zu einer Liste jetzt grüne vereinen, vielleicht sogar mit der SPÖ eine Allianz bilden, so wie das Christian Kern vorgeschlagen hat? Aber das tue ich doch, das tue ich doch. Das heißt, Sie laden die Grünen ein? Ich lade die Grünen ein. Ich hätte auch den Herrn Utmar Karas eingeladen. Ich habe viele Gespräche mit hohen SPÖ-Funktionären geführt, auf deren Initiative, nicht nur auf meine. Ich habe versucht, diese Initiative einer Rundbund zu einer Plattform oder als Plattform zu denken, als anzubieten, über die Parteigrenzen hinweg. Ich bin nicht Mitglied der Liste jetzt. Aber unabhängig von den Parteigrenzen wäre es nicht wichtig, dass sich in Österreich dieses grüne Lager, dieses aufgespaltene grüne Lager wieder vereint, um sozusagen gemeinsam zu kandidieren. Die einen haben die Ressourcen, die anderen... Herr Lenk, es geht nicht nur ums grüne Lager. Wenn wir zu dieser Europawahl, deren Umfeld ich schon beschrieben habe, wenn wir uns da einer Nichtwählerschaft von 55 Prozent mit steigender Tendenz gegenübersehen und ich sehe, dass aus den oppositionellen Parteien weitere Wählerströme abfließen, dorthin, dann geht es doch nicht nur um die Grünen. Dann geht es doch darum, einen gemeinsamen, großmöglichen Nenner zu finden, eine Plattform zu gründen, die von der Kandidatur bis zum Programm versucht, unser Manifest versucht, nichts anderes als den größten gemeinsamen Nenner dieser Gruppen zu fassen. Und um dieses Manifest eine Initiative zu bilden, eine Plattform zu bilden, die das erfüllt, was sie sagen, weil das notwendig ist, weil das einfach unerlässlich ist, aber über das grüne Lager hinaus. Eine Parteienverbindung wollte ich nicht. Ich sehe auch die Zeit nicht gekommen. Ich sehe die Emotionen nicht beruhigt. Ich sehe die Personen nicht kompatibel. Ich mache mir keine Illusion, ich bin auch ein Realpolitiker. Aber es ist nicht traurig in Zeiten wie diesen, dass sie persönliche Befindlichkeiten... Ja, gut. Was kann ich tun? Es ist traurig. Es widerspricht allen politischen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Es widerspricht ganz eklatant dem Gebot, gemeinsam Widerstand zu leisten, eine Gegenwehr und einen Gegenentwurf zu liefern und die Menschen, die permanent frustriert, diese Parteien verlassen, aufzufangen. Dem allen widerspricht es. Was soll ich jetzt tun? Da können Sie jetzt alle meine Erfahrungen und alle meine öffentlichen Gewichte und sonst was in die Waagschale werfen, wird es nicht reichen, die zwei zusammenzuzwingen oder eine Fusion, weil die Möglichkeit dafür nicht da ist. Also bleibe ich trotzdem meiner Aufgabe treu, bilde eine Plattform und versuche, jene Menschen, die diesen Parteien durch eigene Schwäche und eigenes Versagen verloren gehen, aufzufangen und ihnen ein Angebot zu machen. Das ist das, was ich tue. Kommen wir kurz zum Abschluss zu Ihren Mitbewerbern. Ottmar Karras ist sozusagen der Europäer der Volkspartei. Trauen Sie ihm über den Weg? Oder Rainer Nowak in der Presse hat geschrieben, Karras benimmt sich wie der Jugendliche, der aus der WG nicht ausziehen will, weil es doch gemütlich dort ist. Trauen Sie seinen Sprüchen oder ist das nur eine... Herr Karras und mich verbinden einen großen gegenseitigen Respekt und eine Anerkennung gegenseitig über viele Jahre. Das ist ein Mann, der nicht mit leeren Händen zurückkommt. Ich denke, der Einzige, wer könnte heute noch den Spitzenkandidaten der SPÖ sagen oder was er gemacht hat. Ich habe ihm in vielem gefolgt. Es gibt Dinge, die uns immer getrennt haben, wie zum Beispiel die Frage des sozialen Europa. Aber er ist auch dazu geworden, er ist ein Europäer, ein Ernsthafter, mit dem man auch arbeiten kann. Und für den die Verteidigung der Demokratie, die Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit, der Humanität, das sind alles keinerlei Trennlinien. Jetzt muss ich sagen, ich hätte ihn auch gerne eingeladen dazu. Er hat sich anders entschieden und ich habe ihm auch in einem persönlichen Gespräch gesagt, er kann diese Entscheidung, die ich für eine historische halte, nicht verantworten. Nicht vor sich, nicht vor dem Land und nicht vor der Geschichte. Er hat auch vor allem gesagt, er würde gerne EU-Kommissar werden. Das interessiert mich. Das kann er ja auch werden. In der EU-Kommission sitzen sowieso lauter Pro-Europäer und vielleicht macht ihn der Herr Kurz noch dazu und dann können wir alle noch sagen, das ist gut ausgegangen. Wenn er aber das tut, wozu er jetzt ansetzt, nämlich sich von einem Anti-Europäer namens Sebastian Kurz dazu verwenden zu lassen, jene pro-europäischen Teile der ÖVP, die tief frustriert sind und die auf Ottmar Karas setzen, in das Lager, unter der europäischen Flagge, in das Lager eines Anti-Europäers zu führen, dann kann er das nicht verantworten. Und das ist er dabei zu tun. Und das ist ein Konflikt, über den ich nicht hinwegsehen kann. Das kann er nicht. Das ist unverzeihlich. Herr Bogen, aber noch eine persönliche Frage, was auffällt, ist, dass die Kandidaten für die europäische Wahl zumeist, es soll nicht gerontophob klingen, aber ältere Männer sind. Herr Karas, der Schieder ist gerade schon nicht mehr jung, bei den Grünen, da wird Herr Kogler antreten, warum trauen sich so wenige junge Frauen, ausgenommen Caroline Edstadler, warum trauen sich so wenige junge Frauen in die europäische Politik? Liegt das an den Strukturen, die die Männer geschaffen haben, oder liegt das an den Frauen? Also einmal ein Plädoyer für die Alten. Es gibt ja nicht nur ein Frauendiskriminierungsverbot, es gibt auch ein Diskriminierungsverbot wegen des Alters, das im Übrigen schändlich missachtet wird. Das Zweite ist, solange ich meine Sinne beisammen habe, bin ich verantwortlich für die Zukunft, habe ich auch eine Verantwortung für die Zukunft. Also den Spruch... Darf ich da noch einigen, woher kommt dieses Ressentiment gegen die Alten? Ist das einfach jugendlicher Fuhrer, den es immer schon gegeben hat, oder kann es sein, dass sich die Alten vielleicht von den Positionen nicht mehr entfernen wollen, so wie das früher üblich war, dass man einfach in die Rente geht und den Platz freimacht? Also Sie können sich anschauen, ich habe meinen Platz freigemacht. Haben Sie in diesen zehn Jahren... Nicht ganz freiwillig, muss man allerdings sagen. Naja, ist ja egal. Er wurde frei. Damals war ich schon ein Urgestein, obwohl ich 58 war. Ich weiß ja gar nicht, wo inzwischen die Grenze hingeht in diesem Jugendkult, der ja als Qualifikation die Jugend schon als ausreichend sieht. Der Platz wurde nicht beansprucht von leidenschaftlichen Europäern, die sich einen öffentlichen Namen gemacht haben. Auch nicht von Europäerinnen. Es ist sogar schwer, welche zu finden. Würde Ulrike Lunacek jetzt wahrscheinlich widersprechen. Sie war gerade sieben Jahre jünger als ich. Also sie als Generationswechsel zu verkaufen, ist vielleicht ein bisschen kühn. Und sie wurde es ja. Womit kommt sie zurück? Ja, gut. Nein, natürlich hat das auch mit Strukturen zu tun, aber die beginnen bei etwas ganz Banalem, um noch gar nicht bis zum Patriarchat vorzukommen oder zu den männlichen Herrschaftsstrukturen. Ich versuche zum Beispiel, seit ich in Europa war, weibliche Kandidatinnen zu gewinnen. Da ist nach Brüssel zu fahren für eine Frau eine ganz andere Sache wie für einen Mann. Auch nicht nur wegen der objektiven gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern weil eine Frau sich immer noch anders an ihrer Familie verbunden fühlt oder mehr in den traditionellen Rollen steckt und sagt, nein, ich habe jetzt zwei Kinder. die Mercedes Echera, die damals an meiner Seite kandidiert hat, die nahm ihre Kinder und ihren Mann mit und ihr Mann hat dort gearbeitet und ihre Kinder lebten mit ihr in Straßburg. Es ist ein seltener Fall. Es ist gar nicht einfach, einer Frau zu sagen, bitte, du hast jetzt gerade geheiratet oder du hast zwei Kinder, geh fünf Jahre nach Brüssel. Das ist äußerst schwierig. Natürlich sind wir bei dem großen Thema, wie geht ein Mann mit Familie um, wie geht eine Frau mit Familie um, und all das ist auch richtig. Aber das ist die gesellschaftliche Realität nach wie vor. Sie zu ändern ist eine mühsame, langwierige Geschichte. Jetzt würde ich Sebastian Kurz vielleicht einwenden, wir zeigen vor, dass junge Leute in der Politik einen Platz finden, dass sie gewählt werden, dass sie zumindest auf der Marketing-Ebene durchaus erfolgreich wirken, dass die Medien ihnen huldigen. Macht das nicht eine... Nein, ich kann nicht. die Medien huldigen, was modern ist und der Jugendwahn ist modern. Das ist ja ganz einfach. Nach Qualifikation und Erfahrung und Ding fragen sie um vieles weniger. Das merkt man auch. Das muss ja nicht, wenn ich einen jungen Kandidaten sehe, nämlich die Kandidatin der Neos, wenn ich sie dann reden höre über Neutralität, denke ich mir, es wäre vielleicht wenigstens ein Nachmittagsstudium wert, dass man wüsste, dass die Neutralität sowieso nur mehr zu einem Bruchteil existiert und dem was her Armin Molf ihr mit dem Exemplar des Neutralitätsgesetzes 55 vorgehalten hat. Ja, ich würde sagen, es braucht beides. In meinem Fall bin ich da sehr gelassen. Erstens wurde ich einmal als jugendfreundlichster Politiker gewählt von einer großen Jugendvereinigung, die unter dem glaube ich ÖVP-Familienministerium diesen Preis vergeben dürfte und die Beamten mit einem sauren Gesicht dargestanden sind. Zweitens würde ich sagen, ich falle ja schon unter die natürliche Allianz Großväter mit Enkelkindern. Das ist ein sehr fruchtbares Verhältnis für beide. Schwierigkeiten macht ja immer nur die mittlere Generation, die so verklemmt und stur und in all den Strukturen drinnen hängt. Ich habe ganz wenig Schwierigkeiten, mich mit jungen Leuten zu verständigen und sie mit mir, aber ich kann mich auch nicht jünger machen. Noch hat man mir das passive Wahlrecht nicht aberkannt. Also wenn jetzt die Jugendeuphorie nicht so weit fortschreitet, dass ich zwar mit 68 noch nicht in Pension gehen darf, aber das Wahlrecht schon verliere und damit die Absurdität der Diskussion ein bisschen klarzumachen, dann würde ich sagen, ich kann mich nicht jünger machen. An meiner Seite haben immer junge Leute Platz gehabt. Als ich selber jung war, war ich übrigens auch schon einer der großen Kritiker Jugend und diese Jugend Euphorie oder dieser Jugendmode. Anderes Problem ist die Frage Europa und Jugend. Und da muss man halt auch den Mut haben, an die Jugend einmal ein ernstes Wort zu richten. Und da erinnere ich gerne einmal an den Brexit. Es waren nicht patriarchalische Herrschaftsstrukturen, die die britische Jugend davon abgehalten hat, zu dieser Volksabstimmung zu gehen, um für das, was sie in großer Mehrheit wollten, nämlich die Mitgliedschaft in der Union, auch einzutreten durch einen Gang aufs Gemeindeamt. Sondern es war eine grundsätzliche Ferne dieser Generation zur institutionellen Politik, zur klassischen Politik und eine Zuwendung zur politischen Kommunikation in den sozialen Medien. Ohne, dass man genügend realisiert, dass die Macht anderswo abgehandelt wird, nämlich in institutioneller Politik und dass es ein gewaltiger Verlust für die Gesellschaft ist, wenn die Jugend pauschal diese klassischen politischen Instrumente ablehnt und sich nicht daran beteiligt. Und jetzt bin ich in Österreich, wo genau dasselbe geschieht. Wenn ich mir die Nichtwähler anschaue... Das heißt, die Leute hängen zu viel in ihren Echokammern und sozialen Netzwerken rum und zu wenig in den politischen Institutionen... Ich muss wissen, dass ich als politische Bürgerin, als politischer Bürger, und das sind wir und das sollten wir auch sein, daran gibt es ja nichts zu rütteln, wenn wir die Demokratie wollen, dass ich mich mit dieser Politik, wo Macht verhandelt wird, wo Macht ausgeübt wird, wo Macht legitimiert, kontrolliert, überprüft, zur Rechenschaft gezogen wird, dass ich mich dort engagieren muss und dass mich über die Frage, wie Europa eines Tages werden soll, sinnvollerweise nicht nur in sozialen Medien unterhalte, in den eigenen Echokammern und Blasen und dann aber gleichzeitig nicht einmal das Bewusstsein aufbringe, um zur Wahl zu gehen. Das ist ein Missstand, der sich selbst bestraft. Da würde ich an die Jugend appellieren. Einmal zuerst beim aktiven Wahlrecht. Und wenn das so ein Elend ist, wer, bitte Herr Klenk, wer wird denn vom Herrn Sebastian Kurz in die Ämter gehoben? Und wie wurde Sebastian Kurz in die Ämter gehoben? Doch nicht durch politisch aufsehenerregende Taten, doch nicht durch hohe Kompetenz in einem Gebiet. Ja, höchstens dem der Ästhetik und der Werbeästhetik. Er würde jetzt Balkanrute sagen. Ja, das glaube ich, würde er heute nicht mehr sagen, glaube ich, weil das inzwischen so etwas wie ein Bumerang ist, in der Öffentlichkeit auf der Stelle selber auf den Kopf hauen würde. Ich glaube nicht mehr, dass das irgendjemand hören kann, diesen Schwachsinn. Da weiß man inzwischen, wer das Türkei-Abkommen geschlossen hat. Man weiß auch, dass die Balkanrute in Wirklichkeit nicht geschlossen ist und was weiß ich alles. Und was er getan hat, war hinter dem Rücken der EU mit den Balkanstaaten die Grenzen zu schließen, was nie gelungen wäre, wenn das Türkei-EU-Abkommen nicht dann gekommen wäre. Aber gut, ich sage ja nur, wer ihn dorthin gehoben hat, da war er ja schon Außenminister und später Bundeskanzler. Ich sage nur, es gibt doch eine Reihe von jungen Menschen, die sehr früh in Parteiamperate gehen, in die Clubs, und daraus werden sie rekrutiert, in der berühmten alten Ura, Ura, alten Ochsendur. Ich bin in die Politik gekommen, indem ich mir nicht mit einem Amt Öffentlichkeit verschafft habe, sondern mit öffentlichen Projekten ein Amt. Und das hätte ich gern, dieses natürliche Verhältnis von Politik, zuerst öffentliche Verdienste zuerst zeigen, dass man für etwas leidenschaftlich eintritt und dann ein Amt anstreben. Herr Vogelhober, die Hörer haben es vielleicht gehört, es hat an der Tür geklopft, Ihr Pressesprecher drängt zum Aufbruch, wir müssen zu einem Ende kommen. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie gekommen sind, dass Sie uns Ihre Vision und Ihre Kritik vorgetragen haben. Sie können eine Kurzfassung dieses Interviews in der aktuellen Ausgabe des Falter nachhören, die Dienstag um 17 Uhr online erscheint oder am Mittwoch am Kiosk zu haben ist, aber noch besser ist, Sie abonnieren den Falter unter abo.falter.at und unterstützen unabhängigen Journalismus in Zeiten wie diesen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören, mein Name ist Florian Klenk, an den Reglern, am Computer und an der Technik saß heute Anna Goldenberg, die jetzt mit mir den Falter fertig machen muss, wir eilen gleich hinüber in die Redaktion. Dankeschön fürs Kommen. Sie hörten das Falter Radio, den Podcast mit Raimund Löw.